Guten Tag, mein Name ist Matthias Kraume und hier ist die Welt ohne Filter. Es kommen immer mehr Reaktionen aus Institutionen auf der ganzen Welt gegen die sich immer weiter zuspitzende Kriegsdynamik. Eine der wichtigsten ist die am 7. März im US-Kongress eingebrachte Resolution des republikanischen Abgeordneten Walter Jones, von der wir hier bereits berichtet haben und in der Tat als Warnung an die Fraktion der Kriegstreiber zu verstehen ist. Darin wird festgehalten, dass die Anwendung offensiver Militärgewalt durch einen Präsidenten ohne vorherige und eindeutige Autorisierung durch den Kongress ein schweres Verbrechen und Vergehen darstellt, das nach Artikel 2 Absatz 4 der Verfassung durch Amtsenthebung geahndet wird. Damit ist die Rechtsgrundlage geschaffen, um US-Präsident Obama einerseits für den Libyenkrieg zur Verantwortung zu ziehen und noch wichtiger, im Falle von militärischen Operationen gegen den Iran ohne die Zustimmung des Kongresses ein sofortiges Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Eine andere wichtige Intervention erfolgte am vergangenen Sonntag aus dem russischen Außenministerium. Der Beauftragte für Menschenrechtsfragen Konstantin Dolgov erklärte, dass der am Freitag veröffentlichte Bericht der UN-Untersuchungskommission nicht ausreichend sei. Die Aussagen des Kommissionsberichtes über Gaddafis Tod und besonders über zivile Opfer als Resultat des Militäreinsatzes der NATO bezeichnete er als inadäquat. Denn in dem Bericht wird zum Beispiel behauptet, die NATO habe hochpräzise Angriffe durchgeführt, bei denen nachgewiesenermaßen zivile Opfer vermieden werden sollten. Im Gesamten werden nur 60 solcher Todesfälle zugegeben. Die Kommission hätte mehr Beharrlichkeit zeigen sollen, um relevante und realistische Informationen von der NATO und den neuen libyschen Behörden über die zivilen Todesfälle zu erhalten, die als Resultat von Handlungen durch Militäreinheiten der Opposition und der NATO-Militärallianz zustande kamen. Leider wurden viele dieser Verbrechen nicht untersucht und die Schuldigen nicht bestraft. Dolgov versicherte, dass Russland in Kooperation mit der NATO und den Vereinten Nationen diese Fragen, darunter auch die näheren Umstände, die zum Tode des früheren libyschen Staatschefs Gaddafi führten, untersuchen wolle. Und was macht Europa? Es wurde ja in letzter Zeit viel über die angebliche Sorge um Demokratie und Menschenrechte in Russland, in China und in Syrien berichtet. Dabei ist es einfach nicht mehr von der Hand zu weisen, die kriegstreibenden Äußerungen der westlichen Politiker und der Medien werden immer stärker und lauter. Und nur, um damit von der stinkenden Leiche im eigenen Keller abzulenken, dem hoffnungslos bankrotten Eurosystem. Denn hier in Europa wird die Politik des Regimewechsels etwas anders umgesetzt, jedoch nicht demokratischer. Wie Helga Zeppler-Rouge in ihrem aktuellen Flugblatt deutlich macht, haben die europäischen Regierungen die Parlamente mit ihrer Unterschrift unter dem Vertrag über die Fiskalunion regelrecht entmachtet. Das Budgetrecht wurde an Brüssel abgetreten, das Demokratieprinzip, der Sozialstaat und die Tarifautonomie wurden praktisch abgeschafft. Der geplante europäische Stabilitätsmechanismus ist weder europäisch im Sinne de Gauls oder Adenauers, noch hat er irgendetwas mit Stabilität zu tun. Mit diesen Maßnahmen wird Europa eine Transferunion, eine umfassende Solidarbeitrags- und Schicksalsgemeinschaft und praktisch ein Bundesstaat. Und all dies wurde bisher den Bürgern untergejubelt, ohne auch nur eine einzige öffentliche Informationskampagne oder Debatte darüber zu führen. Damit hat die Regierung ganz eindeutig die Grenze überschritten, die das Karlsruher Verfassungsgericht in seinem sogenannten Lissabon-Urteil von 2009 festgelegt hatte. Die soeben erfolgte Kompetenzausweitung der EU verlangt eine neue Verfassung nach Artikel 146 des Grundgesetzes. Das heißt, es ist dringend eine Volksabstimmung darüber notwendig, ob die Bürger dieses Landes wirklich den letzten Rest ihrer Souveränität an eine seelenlose diktatorische Bürokratie abtreten wollen, an deren Inkompetenz zudem leider nicht der geringste Zweifel bestehen kann. Am kommenden Samstag, den 17. März 2012 um 19 Uhr, wird Frau Zepp-LaRouge eine Live-Internetkonferenz veranstalten. Sie können diese auf der Büso-Internetseite live verfolgen und mitdiskutieren. Senden Sie Ihre Fragen an webcast-at-büso.de und verbreiten Sie den Termin. Es geht heute wirklich um nichts weniger als die Existenz und die Zukunft der Menschheit. Wenn wir es schaffen, jetzt einen nuklearen Krieg zu verhindern und die ebenfalls existenzbedrohende, wissenschaftsfeindliche, grüne Ideologie zu beseitigen, können wir daran gehen, das Universum zu entwickeln, so wie es dem Wesen des Menschen würdig ist. Wir, die Menschen, sind die einzigen Lebewesen, die mit kreativen, kognitiven Fähigkeiten ausgestattet und in der Lage sind, universelle Prinzipien zu entdecken, zu verstehen und anzuwenden und damit auf eine immer höhere Stufe der Entwicklung zu kommen. Die Alternative zum Fortschritt ist nicht das natürliche Gleichgewicht, was eher einem Stillstand gleich käme. Das hat es in der Geschichte der Erde nie gegeben und man kann ihn auch nirgendwo im Universum beobachten. Die Alternative zum Fortschritt führt zum Tod und genau dahin will die Oligarchie die Menschheit bringen, wenn sie von der Überbevölkerung als Kernproblem spricht. Es wird Zeit, dass wir aufhören, mit Oligarchen Schach zu spielen. Mit dem Trennbankensystem wird das Schachbrett umgeworfen und mit einem Kreditsystem, wie es Lyndon LaRouche vorschlägt, können wir uns wieder instand setzen, eine zukunftsorientierte, produktive Gesellschaft zu werden, die den nächsten Generationen eine bessere Welt hinterlässt, in der die Menschenwürde überall auf unserem und hoffentlich bald auch auf anderen Planeten ein und denselben Stellenwert hat. Haben Sie den Mut, sich gegen die Diktatur der öffentlichen Meinung zu stellen? Dann nehmen Sie teil an unseren Aktivitäten. Unterstützen Sie diese auch finanziell. Unterzeichnen Sie unseren Aufruf und helfen Sie uns, die kritische Masse in Deutschland zu mobilisieren. Die politischen Empires gegen Syrien, Iran und Russland eingestiegen sind. Die politischen Empires gegen Syrien, Iran und Russland eingestiegen sind. Die politischen Empires gegen Syrien, Iran und Russland eingestiegen sind. Untertitelung des ZDF, 2020